Abstrakte Kinderkunst? Ja. Und warum Kinderkunst? Ja, weil das was für Kinder ist so nicht. Also für einen Mann ist das nichts, ist nicht sexy dabei, ist kein Auto, nicht schnelles, kein Segelboot, keine Palme, also für einen Mann ist das nichts. Nein, Segelboot ist drauf. Ja, aber ach so, die ganz kleinen da, ja stimmt ja, das sind ja Optimisten.